Hallihallöchen und willkommen zurück nach, äh, bei Overwatch, nach Overwatch, von mir aus auch nach. So, wir spielen keine Beschränkungen, das heißt, wir können, äh, Helden, äh, doppelt besetzen. Mach mal. Ich spiel... So. So, 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 so. Ich versuch mich nochmal mit denen. Ja, warum auch nicht? Äh, das Mikrokabel ein bisschen sauer. Äh, nicht Mikrokabel, Kopfhörerkabel ein bisschen, äh, kurz dabei. Die Wissenschaft bringt die Wahrheit ans Licht. So. Verteidigungsposition beziehen. Ich grüße. Hallo zusammen. Hallo zusammen. So, wir wollen uns natürlich den... Äh, Fade? Ich werde euch immer zusammenfassen, wie ihn hier. Ich werde nicht so schnell. Du bist doch ein wahnsinniger Wissenschaftler. Hier wäre es am besten, wenn du dein Schild hier so... ...besuzionierst. Ja, aber, äh, erst bevor die kommen. Achso, er hält halt nicht so lang? So. Ne, ne, ne. Nicht so weit nach vorne. Macht halt nicht, was die da machen. Oh, der hat schon den Skin. Den Skin wollen wir haben. Das ist unser Ziel. Welchen? Hinter dir. Obwohl, ich kann... Ich bin eigentlich nach vorne. Ich muss ja vorne. Das ist mein Dillen. Barriere ist instabil. Oh, warte. Ich häng grad fest. Wie? Das hätt ich ne Belohnen. Oh, Vorsicht von oben. Vorsicht. Da oben. Da oben. Oh, tschau. Oh, sorry. Alles nur wegen dir. Stimmt gar nicht. Keiner rüßt mich. Und Schild ist weg. Denk dran, du kannst auch, äh, äh, Projektile, ähm... Ja, ich weiß. Aber es geht auch nicht immer. Was, Feinde in unserem Orbit? Was brauchst du denn heimlich? Vorsicht, 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 da ist einer. Nein, schon wieder, Alter. Was raucht denn der, äh... Lucky Lock. Ah, da oben. Shit. Das war ich tot. Oh, ich werd wiederbelebt. Ich bin noch nicht tot. Äh, ich häng fest. Das ist ganz geil. Oh. Warte, warte, warte. Ich bin nicht so schnell, das ist voll blöd. Ich bin tot. Naja, kannst du, brauchst du nicht weitergehen. Ja, ich warte. Wo bist du denn? Warum bist du denn so weit? Oh, ich hab auch schon jetzt jemanden... Oh, irgendwo hinter mir. Da. Danke. Oh, Bobbi. Bobbi, Bobmann. Auf, Vorsicht. Ah, von der Seite, ich hab die gar nicht gesehen. Nee, ey, ey, ey. Komm, jetzt alle. Oh, Mist. Nicht, die wieder... Ja, sie sind da. Ja, sie sind da. Weg, 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 weg. Weg, na, oh, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Weg. Ja, Bob. Bob ist weg. Ich muss meine Kräfte sammeln. Ich muss meine Kräfte sammeln. Okay, ist jetzt zu Ende. Da sind sie. Also ich kann jetzt gerade ganz kurz nicht mehr so gut heilen. Mein Heal ist nämlich leer. Ich sagte gerade, mein Heal ist leer, Mann. Wo ist denn? Jetzt da. Oh, Mann. Oh, nein, oh, nein, Vorsicht. Ah, alles gut, alles gut. Nein, nein, kann ich nicht. Dieses Potenzial. Ich müsste eigentlich hoch. Nein, nein, bleib mal von hier. Nein, nein, bleib mal von hier. Doch, 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 doch. Der versucht von hier zu kommen. Ja, genau das habe ich mir nämlich befürchtet. Danke. Was denn? Ich bin tot. Ja, jetzt kommen nämlich der Reifen. Nö, den habe ich gerade kaputt gemacht. Vielleicht ist deine neue Methode der forderlich. Ja, ich treffe den da hinten nicht. Das ist kein Problem. Der ist schon weg. Da unten ist eine. Zack. Ja, die ist auch tot. Zack, weg. Achtung, Haltkugel. Ja. Meine Barriere geht gleich weg. Ja, ja. Fallen die in unserem Orbit. Generiere biopische Sphäre. Ich habe gerade die Pfeile von Hanso. Was, lol? Vorsicht, 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 Vorsicht. Genau. Dann dahinter. Genau, das ist gut. Oh, der hat mich denn jetzt gekillt. Komm, der denn jetzt? Weiß ich nicht. Sterft euch meinem Willen. So, hat sie erledigt. Meine Kraft wächst. Oh. Oh. Vorsicht. Der macht Aua. Ja. Oh, weg, 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 weg. Nicht da rein. Ja, ich bin ja was rausgeschrubben. Warte, 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 warte. Rennen wir an die Fliege und nicht weg. Blöde Kuh. Wer ist? Nein, du doch nicht. Vorsicht, der kommt an der Seite. Hier ist einer. Der macht ein Geschütz. Oh, ich kann das Geschütz nicht platt machen. Hier an der Seite, Faye. Der, an der Seite. Ja, warte, ich sehe schon. Ich kann dich nicht heilen jetzt gleich mehr. Ah, die erhielt ich mit. Ja, ich versuch's. Ja, alles klar, Vorsicht, da ist aber noch einer. Ja, ja, ich weiß. Jetzt nicht mehr. Da hinten ist noch einer. Ich muss der jetzt rein, da bringt mir ja nix. Vorsicht, da oben ist noch einer. Zack. So, wieder vorne. Oh, no shit. Warte. Ne, 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 ne. Was denn, warte? Was denn, warte? Du bist wieder holt. Vorsicht. Ja, sauber. Belohnung erhalten. Goldene Maske. Ja, nice. Ich hab aber die Ulti-Helen wollte ich setzen. GG. Achso, GG. Grrr. Alter. Super. Heilerin. Ja. Ohne die hättest du das ein oder andere nicht schaffen können. Also, Besthealerin. Kommt, dann gebe ich direkt. Ich bin gar nicht dabei, guck mal. Die Fähigkeit ist aber da. Geblockter Schaden. Ich hab jetzt aber der Kitten leider. Ja, ich hab der Kitten auch. Also. Warum haust du gegen dein Mikro? Oh, das war unbeabsichtigt. Heilerin. Der war auch gut. Der war auch gut. Der war auch gut. Belohnung. Hey, Führungsrollen erhalten. Danke. Uh, Nuh, Nuh. ATE? Meura spiel ich schon. 26 Stunden, hab ich hier schon gespielt. Jungle Red, 18 Stunden. Mercy, 9. Echt? Lucio neun Stunden, May acht Stunden, sieben Stunden in Torbjörn, vier Stunden Diva, vier Stunden Anna, vier Stunden Bastion, vier Stunden Ash, drei Stunden Fahrer, Widomeca auch drei Stunden, hätte ich jetzt nicht gedacht, Zaya drei Stunden, oh, ist er. Ups, dreht er mich jetzt schon mal. Blizzard Worlds. Ich kann kein Spielen, das ist das Schlimme. Ach, schön ist, du kannst ja jetzt doppelt eben halt belegen. Wir machen Angriff. Ich hab die Moira noch nie gespielt. Du kannst heilen und spiel sie doch einfach. Ja, test du best, wenn ich jetzt verliere, wenn wir verlieren, das ist meine Schuld. Das eh. Ach, der Kill ist auch wieder dabei? Wissenschaft bringt Halle. Also du kannst einmal E, du kannst ja aussuchen Heilkugel oder? Ja, ja, das weiß ich. Und mit Rechtsklick hier, ne, guck mal, ziehst du ab und damit lädst du deine Energie auch wieder auf. Also dein Leben. Mit Abziehen oder was? Kannst du auch abziehen, genau, damit halst du dich auch ein bisschen selber. Oder eben halt durch die Heizkugeln halt mehr. Wenn du jemandem die Energie abziehst. Oder eben. Ja, ja, oder so halt, ich weiß, oder so. Du musst nur dein Balken im Auge behalten. Ja, ich weiß. So, warte mal, lass mich mal gucken. Ich will nicht, dass das aufgeht. Ich bleib jetzt direkt erstmal hinten, weil die werden da vorne, äh, ja, waren mir nämlich klar. Oh, und der kann nicht geheilt werden gerade. Dann gehen wir hier lang. Äh, 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 ja. Weil, die sind natürlich... Wie long? Ach, stimmt, die kann ja auch eben kurzzeitig sich... Genau, du kannst wegbohren auch. Ah, ich muss das mal gucken. Also mal die Frage, gehst du auf Heilung oder gehst du nicht auf Heilung, ne? Ich war jetzt gerade auf Schaden. Das hab ich gemerkt. So, oh. Fingst aber auch gut hin, hier, die... Dings. Blatt. Du brauchst einfach nur die Taste eigentlich, ich sag mal, getriggert halten. Oh, oh, oh. Da ist irgendwo... Aua. Ah, kannst du mich heilen? Mal ganz kurz, einmal. Danke. Bist du? Ich bin Daddy. Da wird's einfach reihumgeheilt. Oh. Auch, auch. Ah! Vorsicht, die haben irgendwo ne... Geh da raus, aus dem Schussfeld. Und heil mich, mein ich. Jo. Vorsicht. Vorsicht. Ah, shit! Da bringt dir Heilung auch nicht. Ja, ich kann nicht mehr zurück. Ja, du standest nämlich direkt hinterm, äh... Ja, das hab ich gar nicht... Kannst schon mal passieren. Es ist ungewohnt, ich hab die noch nie gespielt. Also nicht böse mit mir sein. Ach, Quatsch. Oh, Scharfschütze. Oh, Scharfschütze. Guck mal her. Ja, schön, dass du Heilung brauchst, Junge. Ja, dann geh doch nicht dahin. Ja, mein Heilung ist leer jetzt. Warum haust du deine Lila-Kugel da hinten hin? Äh, weiß ich noch nicht. Irgendwas hat mich getroffen. Ja, die haben einen Scharfschütze. Oh, Kamio. Weg! Weg! Äh, wie kann man jetzt... Schiff. Genau. Ja, ich muss noch ein bisschen... Sorry. Ich bin noch nicht so... noch mal eine Heilungs-Leer. Ey, ich kann aber... Ja, ja, macht nichts. Dafür konnte ich ja die Kugeln schütteln. Finde, wir kommen relativ gut voran bis jetzt. Aber die werden ja stimmt gleich auf Bastio oder so umstellen, äh, steigen. Und stellen steigen. Dann passt das so. Nicht gut. Mir hat keiner weg. Ach, Quatsch. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich hab ne Kugel leider abgedreht. Oh, Stunde hat geschlagen. Tschau. Bist du? Komm her. Ich versuch dich grad zu heilen und da ist ne blöde... Das ist ne Scharfschützin, deswegen hab ich die Kugel überschmissen. Mein Ulti ist auf jeden Fall fertig. Damit heilst du alle, die jetzt in deiner... Meine auch. Oh, ich bin betreibt. Ich auch, da war irgendwo ein McCree. Ja, tot. Oh. Na, ist egal. Der war von hinten. Ja, ja, hab ich grad gesehen. Ja, ich weiß noch nicht, was, was ist genau. Ich bin hier noch ein bisschen orientierungslos. Okay, damit können wir jetzt eh nix machen, jetzt hier. So. Vorsicht, Vorsicht, komm hierhin. Wieder mal verwohlen. Ja. Deine Ulti ist auch fertig, ne? Ja. Und meine auch. Hast du die aktiviert? Ja. Sehr gut. Dreifach Kill. Ja, ja, genau. Oh, oh. Stunde hat geschlagen. Ja, super. Hast du gewischt. Oder hat, äh, äh, der Dings da erwischt. Oha, Team Kill. Geil. Ganze Team ausgelöscht. Wow. Sehr gut. Sehr gut, Fee. Puh. Nein. Wir haben gleichzeitig unsere Ulti. Ja, ja. Ich hab dir extra nix gesagt, damit du die später zu müssen und nicht zur gleichen Zeit. Aber ich hab dir ein bisschen kurz Zeit, äh, kurze Zeit später. Juhu. Hey, du hast auch. Ey, ich auch. Ach komm, dann geb ich dir noch. Haben wir alle zwei, zwei. Yes. So. Äh, ja. Hier kann ich ja nix. Nee, nee, du konntest nix. Gut, Freunde, vielen lieben Dank für's Zuschauen. Oh, ich hab Führungsrolle gekriegt. Cool. Damit, äh, ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.